Ja, und weiter geht's bei Let's Play Minecraft. Und ich muss die Musik wieder anschalten. So. Ähm. Und ich muss, äh, den Prozess hochdrehen. So. Ja, genau. Ähm. Wir sammeln hier. Okay. Wolle. Genau hier. Connected Textures sind jetzt angeschaltet worden. Ich muss schauen. Okay, passt. Ähm. Weil ich, wie mein, ich hab Multicore drin. Ja, Schweine sind jetzt wenig. Ey, ich kann, ich kann die Schuhe wieder abwärten. Weil ich brauch hier noch wirklich eine Menge Wolle. Kann ich hier schon mal wegmachen. Ach ja, hier kann man dann... Okay, das ist ein bisschen blöd, wenn wir hier dann... ...Rot sehen. Aber das ist eigentlich... ...egal. So. Äh, da geht's lang. Jetzt schon Nacht wieder. Können wir ja gleich mal, ähm... ...pinnen gehen. So. Ey. Wie? Komm mal raus. Ja, geht doch. Ich hab mich schon gewundert. Äh, ja. Ich kann's nicht schlafen. So. Genau, dann gehen wir hier nochmal schnell zu den Schafern. Hallo. Ich will eure Wolle. Okay. Äh, lass du mich da mal raus. Danke. So, wie viel haben wir jetzt? Äh, 10 Wolle. Das ist wenig. Wobei, hier... Okay, da warten wir jetzt einfach mal ein bisschen. Genau. Ich würde hier mal einen Weg bauen, aber wir haben leider kein Gravel. Das ist nicht cool. Ich würde nochmal zur Staffel 2 gerne einen Weg bauen, weil ich ja die Map zum 19... äh, zur 200. Folge, äh, rausgeben will und dann werden Weg zur Staffel 2... äh, zur Staffel 2... ...gebäude zum Staffel 2 Gebäude... nice. So. Genau, hier haben wir das Fleisch. Dann bräuchte ich noch ein bisschen Kohle. Dann haben wir hier Clean Stone und hier auch. Ich bin schon wieder Level 12. Ich würde das abbauen. So, das Fleisch tragen wir jetzt dann gleich mal nach oben. So. Ein Steak wäre jetzt geil, aber im Essen haben wir schon einiges. Wobei, Kartoffeln... Ich müsste mal einen Villager dort finden. Es wäre schon geil, wenn wir einen Villager dort finden. Ähm... Hier fehlen Schilder, oder? Nee. Äh... Das ist ja selbe Schilder haben keinen Sinn. Das ist schon da, das ist... Ja, okay, doch, da. Stimmt schon, ja, passt schon. Sieht unsymmetrisch aus. Ist unsymmetrisch. So. Überlebe ich das? Ja. So. Ähm... Zuckerrack könnte man auch mal wieder abernten. Solange ich jetzt da hier... Ähm... Warten muss. So. Da kommt ja auch ganz schön was zusammen. Haben wir jetzt gezielt? Da fehlt einfach eine, oder? Ja. Ja. Da kommt schon ein Steak zusammen. So. Ähm... Ich muss leider wieder eure... Was... Was... Bleibst du? Weg da! Weg da! Ja. Sei froh, dass... Da hast du verglückt, dass du rote Wolle hast. Dadurch bring ich dich jetzt nicht um, weil ich deine rote Wolle noch brauch. Pfff. Jetzt haben wir wieder 25. Ich weiß, es ist nicht viel Wolle, aber... Naja. Muss reichen. So. Passt. Jetzt haben wir noch 16. So. Das reicht aber auch nicht. Das reicht aber auch nicht. So. Dann schauen wir uns das jetzt mal von da an. Von der Bar. Ja. Na ja. Na ja. Hier... Ah ja. Hier ist die Schlucht. Aber ich glaube... Da haben wir auch schon alles... rausgeholt. Vielleicht finde ich noch irgendwo Redstone, aber... Naja. Muss ich mal schauen, weil Diamant haben wir ja auch gefunden. Vielleicht finde ich noch irgendwo Redstone. Müssen wir mal gucken. Kann man dann mal in den nächsten Parts gucken. Ob man irgendwo Redstone findet. Stone, Stone, Stone. Genau. Im Ofen müsste jetzt noch der Rest hier Stone braten. Genau. Der ist eh bald schertig. Thomas weiss, die Stone brauchen wir zwar nicht. Aber na ja. Hier könnten wir eigentlich auch mal wieder afernten. Und ich finde es verdammt laut gerade. Ich hoffe das ist auch in der Ausnahme nicht so laut. Nein. So. Was sagt die Uhr? Die Uhr sagt sieben Minuten. Passt. Okay. Wie gesagt. Weizen brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Aber ich mache es jetzt trotzdem. Wir haben schon so viel Weizen. Weizen. So. So. Dann nehmen wir jetzt erstmal diesen Weizen mit. Und machen daraus Brot. Weil der kommt ja in die Essenskiste und nicht hier rein. Okay. Der Cleanstone ist jetzt auch schon fertig. Okay. So. 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 Wobei. Ja. Komm. Ähm. Dann nehmen wir jetzt den Cleanstone und geben die Erfahrungspunkte. So. Dann tun wir das Brot mal rein irgendwo. Ach wie viel Brot. Und hier kommt der Cleanstone rein. Genau. Genau. Oh mein Schwert ist schon. Naja. Wo ist die Schafe? Wo ist diese Schafe? Wer das ist weggelaufen? Das ist tatsächlich weg. Das ist tatsächlich weg. Das ist tatsächlich. Da ist es. Ach. Okay. Wenn du meinst. Dann geh halt. Wenn du meinst. Dann geh mal hier die Eier ein. Ich weiß nicht was. Eier kann man glaub ich gar nicht zu loschen. Okay. Dann holen wir jetzt nochmal ein bisschen Wolle. Hör. W- Von jeder. Von allen gleich. So. Passt. Ey. Lasst mich da durch. So, dann räumen wir die Wolle mal auf. Die weiße und die schwarze. Wir können ja zwei rote auch mal reintun. Genau. Gut, den Weizen tun wir auch da rein. Gut. Dann verbauen wir die Wolle noch schnell. Und dann ist die Folge auch schon zu Ende. Okay, das Zeitlimit ist schon wieder überschritten. Also, das heißt Zeitlimit. Mein selbst gesetztes 10 Minuten Limit ist gleich schon überschritten. So, genau auf für den Anzug. Ja, und dann sage ich bis zum nächsten Mal, euer Killer Party. Okay, ich stehe mich jetzt mal hier rüber, sonst stehe ich mich immer hier hin. Okay, bis zum nächsten Mal, euer Killer Party.